Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum ersten Modern Warfare Story Let's Play. Ja, Freunde, ich habe es euch versprochen, wir werden heute gemeinsam in die Kampagne, in die Story von Modern Warfare reinschauen und uns das Ganze mal anschauen. Letztes Jahr bei Black Ops 4 gab es keine Story, aber jetzt ist sie endlich wieder zurück im modernen Krieg und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Ihr habt euch alle drauf gefreut, ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr Bock drauf habt und ich finde, wir haben sowieso zur Zeit keine richtigen Story-Spiele auf dem Kanal, deshalb passt sowas eigentlich wie die Faust aufs Auge. Es tut mir leid, wenn es jetzt gerade im Hintergrund ein bisschen am Hallen ist, Freunde, aber wir sind gerade dabei, mein Zimmer umzubauen, also ihr werdet die Tage in einen anderen Hintergrund sehen. Es wird alles hier ein bisschen umgebaut werden, da freue ich mich mega drauf. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben, da ich will ja die 10.000 Likes sehen. Schafft ihr das für Modern Warfare? Ich bin gespannt. Ich sage eher nein, aber mal gucken, ob ihr es schaffen werdet. Und ja, wir starten rein in die Kampagne. Bitte beachten Sie vor dem Spiel, dass einige Szenen drastisch oder intensive Inhalte samt Gewalterstellung enthalten. Bitte halten Sie sich an die Altersfreigabe des Spiels. Okay, also es scheint brutal zu werden. Das ist nicht so gut natürlich für meinen Kanal, weil dann werden die Videos auf gelb geschaltet, wie bei ABK. Aber ja, da müssen wir mal gucken, wie wir da durchkommen werden. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich würde sagen, Schwierigkeit werden wir mal auf Soldat stellen, oder? Söldner, Veteranen. Machen auf Soldat, machen auf Soldat. Okay, Leute, es geht los. Ich hoffe, ihr seid ready. Und es geht jetzt ab. In die Kampagne. Dumm, dumm. Okay. Dies ist kein Krieg des Glaubens. Wir vertreiben sämtliche fremden Mächte aus unserem Land. Wir sind Alcatala. Wir sind die Mörder. Ein Kampf ohne Reue. Ein Krieg ohne Mitgefühl. Sowas wie die Alkaiden. Nur so werden wir leben. Und sterben. Als wahrer Soldat. Ich hab die... Oh mein Gott, das ist London, Digga. Da war ich auch schon in London. Geil. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, Alter? Da war einfach ein... 24 Stunden Feuer. Digga, was das für eine Grafik, Mann? Wir zocken gerade mal deine Warfare-Kampagne. Die Grafik. Guck dir das Wasser an, Bruder. Guck dir das Wasser an. Sie ist Echo 3-1, ein Charlie-2-Kommandeur. Kommandeur hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich keine. Verstanden, 3-1. Hitman-Teams bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Körner, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht bis ich es sage. Watcher an 3-1, hören Sie? Station Chief Laswell, schieben Sie los. General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt. Aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Urzikstan bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe. Aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Ach, ich glaube, es geht los, Alter. Ein Monat zuvor. Verstanden, Alex. Finden Sie das Gas, Markov Laster und verschwinden Sie bevorste an Siebel. Okay, Watcher, wir sind dran. Jawohl, Leute, es geht los. Geiles Feeling. Ich habe die alten Kampagnen natürlich auch gezockt damals. Alter, sieht das heftig aus. Das sieht krank aus, Leute. Das sieht krank aus. Let's go. Verstanden. Und fertig. Alter, ist das geil, Mann. Das ist richtig heftig. Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht. Hier stehen die Chancen, dass wir auf General Barkov treffen. Die würde sich ein russischer General nicht mehr begraben lassen. Das sieht übel nice aus, Leute. Ohne Scheiß die Grafik. Alter Schwede, ey. Ich habe bei Modern Warfare auch gezockt die Kampagne. Das ist aber schon so lange her. Ich kann mich da echt nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß nur, dass dieser eine überlebt hat da. Der am Ende eigentlich gestorben ist. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ja, wir gucken, was uns erwarten wird, Leute. Wir müssen natürlich auch aufpassen, weil hier werden viele Sachen passieren. Vorsicht. Ich höre zwei. Die suchen uns. Zwei Söldner, keine Uniform. Wir hören etwas. Hey, wer hier? Geh, zeig. Schieße. Was machen wir? Schießen oder nicht? Die sind fällig. Holt sie euch. Wir sind sicher. Verstanden. Auf dem Kampus stieren und Gelände beobachten. Ich mache mal das Licht dunkler. Dann haben wir ein bisschen mehr Stimmung hier. So ist geiler, glaube ich. Der weiß doch, mitten in der Nacht ist, Leute. Alter. Wer hat die Akka? Echo 3-1 an Blue Viking 5. Feuer frei. Bereithalten für Zielbestätigung. Verstanden. 3-1. Viking hält sich bereit. Checken wir die Gegend und vergewissern uns, dass keine russische Armee da und Fahrzeug kommt durch das Haupttor. Mittelschwerer Transportlaster. Transport für das Gas. Aktivität im Bahndepot. So kommt das Gas also rein. Fahrzeug bewegt sich. Patrouillenfahrzeug. Söldner. Ein Sicherheitsteam. Gute Ziele. Kein russisches Militär. Es kann losgehen, CIA. Fordere Bombardierung an 3-1. Blue Viking 5. Hitman 7-1 hier. Ungeschützte Feinde. Freigabe zum Feuern. Roger 7-1. Ziel erfasst. Feuer frei in 5 Sekunden. Boah, wie soll ich denn da zielen? Ah, ach so. Ach so, die machen Luft. Alter. Boah. Bruder, sieht das krank aus. Ey, das sieht, Alter, sieht das krank aus, Alter. Echo 3-1. Gute Wirkung auf Ziel. Viking zurück zur Basis. Gute Jagd. Bruder, sieht das... Besten Dank, Viking. Wir übernehmen jetzt. Ey, wo sind die? Bruder, sah das krank aus. Seid mal ehrlich, Mann. Wie krank. Ey, Leute, ich bin da wirklich fassungslos, Alter. Übelst nice. Wir hatten, glaube ich, lange kein Ego-Shooter-Spiel mehr als Kampagne gehabt. Kann das sein? Mehrere schützen. Zu Fuß. Stopp. Lasst sie näher kaufen. Oh, oh. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ey, wann... Wann schießen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Bruder. Los, weiter. Die haben mich direkt gesehen und ballern mich ab, Alter. Was war das denn? Ey, Leute, ich bin so im Feeling, ne? Ich will, wie die M4 haben. Heilige Scheiße. Hey, guckt euch das mal bitte an. Die Grafik, alles. Ich hoffe, das wird bei euch auch so krass sein. Die Grafik wird gerade so... Das Feuer sieht so realistisch aus, ne? Ey, wir müssen doch wirklich mal wieder COD online bringen, ne? Frag den Rille-Peter. Road to Commander, was weiß ich, alles müssen wir bringen, ey. Voll Bock auf das Game, ohne Scheiße. Haben das kritisiert, meint Modern Offer. Ist die so geil? Also, ich muss sagen, ich fand die Beta Bombe, ohne Scheiß. Ich fand die Beta echt Bombe. Deshalb verstehe ich das nicht, warum einige sagen, das Spiel ist nicht so geil. Vielleicht kann auch viele campen und so, keine Ahnung. Alter, das ist echt brutal, das Spiel, ne? Das Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite. Ich hoffe, es wird nicht auf gelb geschaltet. Ich hoffe, dass jemand hier drin ist. Wow. Ich glaube, das kann auch eine gute Waffe sein. Das ist nur eine Pumpgun. Ich will keine Pumpgun, Alter. Ich will lieber... M4. Alter. Wo kommen die Schüsse her? Hab ich den oder nicht? Sieh den nicht. Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Aktivität. Wo sind die? Wo sind die? Digga, wie geil das mit der Musik ist und so, Alter. Feeling, feeling. Wir müssen das M4 ausschalten. Leute. Wo, 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 wo? Oh, 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 oh. Oh, hier sind überall welche. Zeigt euch, zeigt euch. Hab ich, hab ich. Haben wir beide geholt. Nachwarten. Manchmal kann ich nicht unterscheiden, wer wer ist, Digga. Wer hat mich gut getroffen? Kommen die Schüsse alle her? Kommen die Schüsse alle her? Aktivität. Okay, hier ist irgendwo ein MG. Kontrollpunkt haben wir. Wow, wow, wow. Pistole, Pistole. Wo ist der hin? Nachladen, nachladen. Da ist er. Oh, 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 oh. Verst du getroffen, Alter. Ey, das macht übelst Laune, ne? Wo sind die anderen? Das ist einer von uns, ne? Okay. Der auch. Ja, aber ich will mal, hätte das so ein bisschen besser kennzeichnen müssen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, Leute. Falls es zu laut ist, mache ich dann wenigstens mal leiser. Vielleicht war die nicht schlecht, ich weiß es nicht. Da oben. Hier, wie wär's damit, mein Lieber? Viel Spaß da oben. Alter. Okay, das ist aber geil, dass das nicht zu einfach ist. Wir haben sogar auf Schwierigkeit Söldner gestellt oder zum Zweite. Okay, genau hier haben wir gerade aufgehört. Ich glaube, wir wurden von einer Granate erfasst oder irgendwas hat uns gerade getroffen. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Alter. Nein. Ich dachte schon, den drücken wir setzen. Okay, ab, 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 ab. Nein, Zugriff. Boah, was macht der da? Okay. Den MG-Typen haben wir. Vielleicht nehmen wir jetzt einfach mal das MG, hä? Was halten die davon? Was hält ihr davon, hä? Oh, 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 schnell nachladen. Guck mal jetzt, Leute, guck jetzt. Ey, wie lange braucht ihr zum Nachladen, Mann? Alter, ist das geil, ey. Ich schwör's euch, Leute. Das, ich hab die Kampagne nicht so geil erwartet jetzt zum Start. Es macht wirklich Bock, Digga. Warum geht das nicht auf? Irgendwas wird uns vielleicht überraschen, 100%. Ich werde versuchen, pro Folge, oder beziehungsweise pro Let's Play, ein komplettes Level zu spielen, wenn das nicht zu lange geht. Auf jeden Fall erstes Let's Play, zock mal ein komplettes Level. Safe. Die Sound-Effekte sind auch heftig, auch die Stimmen, Synchronisation, Top-Qualität, alles. Alter, das sieht ja aus, wie wir Outlast hier jetzt. Wer auch immer hier den Strom abgestellt hat, ich sag dir, könnte der Luftangriff gehen? Ey, stell dir mal vor, jetzt kommen so ein Quicker von Last of Us. Stell dir mal vor. Ah! Siehst du das? Oh mein... Kontakt! Hab ich mich erschrocken. Bruder, ich werfe lieber den Granaten, ganz ehrlich. Ey, geht doch mal vor, Jungs, Alter. Habt ihr keine Eier in der Hose? Hör die Musik. Ey, ist das... Also, das Spiel ist Bombe. Das wird ein geiles Let's Play werden. Leute, nehmt den Like-Button auseinander. Das ist wie der altes Feeling hier auf dem Granaten. Ah! Peace Deck, hier. Blit. Aktivität auf dem... Alter, 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 Alter. Ich seh nichts mehr, Mann. Bruder, ist das hier dunkel, Alter. Ich hab mich grad voll erschrocken. Habt ihr das gesehen? Hallo, das... Den haben wir. Ich bin halt die AK, Digga. Die Zeit für die AK, Mann. Alles gesichert. Schalten wir den Strom und das Licht an. Und füllen dieses Gas. Da komm ich mir echt vor wie in einem Horrorspiel, ne? Ohne Scheiß. Diese Melodie die ganze Zeit. Alter, genial. Ziel, schalten Sie den Strom ein. Okay, hier. Ey, sagt mir ehrlich, Leute, das ist genial. Das ist geil. Ich werd die Kampagne, denke ich, jeden Tag bringen. Mal gucken, wie ich das machen werde. Oder abwechselnd mit WWE. Mal gucken, jeden zweiten. Schau einfach mal, Leute. Wir schauen. Auf entspannte Basis. Wir schauen. Negativ. Das Kommando will die Mission beendet sehen. Ist nicht unsere Entscheidung. Freu ans Ende. Nehmen wir mal eine Probe. Also, morgen kommt der wieder WWE. Übermorgen, dann denke ich, wieder Modern Warfare. Immer so abwechselnd. Dann haben wir perfekt zu jedem Tag ein Video. Und Action auf diesem Kanal, Alter. So muss es sein. Da kommt doch bald Star Wars. Ey, 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 ey. Verstanden. Halten wir ab. Safe, jetzt kommt irgendwas. Oder? Er ist das übelst gebrochen. Ohne Spaß. Ich hab mich so gefühlt im Feeling, ey. Mit dem Film. Mit Kopfhörern und so. Geil. Sorry, ich hab so oft erwähnt. Aber wenn ich was geil finde, wisst ihr das. Ich erwähne das tausendmal. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ey, raus, raus. Oh mein Gott. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. 3-1. Ich hab gewusst, irgendwas passiert hier noch. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wer zum Helga singt. Oh mein Gott. Boah, ist das für ein Wagen, Alter. Reifen größer als meine Zukunft. Eiko 3-1 an, Watcher. Alex, was ist passiert? Terrorangriff. Mehrere Marines gefallen. Gas geglaubt. Evakuieren. Sofort. Roger. Da sind mehrere russische Truppen auf dem Weg zu euch. Ausharren. Wir sind unterwegs für Extraktion. Watcher Ende. Die Operation ist jetzt eigenständig. Ey, das ist wie ein Film wie James Wontagher. Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team vor Ort. Das ist nicht ratsam. Und Sie entscheiden das nicht. Colonel. Laswell. General. Meine Leute... Lawrence, Sie können wegtreten. Ja, ma'am. Wir haben ein Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt aufs Schwarze Meer und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf, Laswell. Fixen Sie es. General. Informationen sind unsere beste Waffe. Informationen haben wir schon versucht. Finden Sie eine bessere Waffe. John. Laswell. Wo sind Sie? Price. Beschäftigt. Captain Price. Den meinte ich vorhin, Leute. Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Und das Briefing? Da ist er. War gerade. Ey, wie krank ist das London, Leute? Sergeant Garrick, kommen. Hier ist Garrick. Terrorgefahr ist jetzt kritisch. Vermutlich mehrere Angreifer. Bumpen, Träger oder schlimmer. Scharfschützen in Position. Negativ, Sergeant. Es darf keine Panik geben. Wissen die Terroristen das, Sir? Garrick, machen wir aus London kein Kriegsgebiet, klar? Ja, glasklar. Ende. Wir sind dann wohl allein, Leute. Wir schaffen das. Gehen wir es an. Okay, versteht. Wir machen nur eine zweite Mission, Leute. Hey. Es macht gerade so Laune, Leute. Ich will gar nicht aufhören, Mann. Ohne Witz. Das macht so Bock. Passt zur Beschreibung. Das sind sie. Saban Raven. Weißer Van. Mehrere potenzielle Kämpfer. Waffen gesichtet. Abfangmanöver. Roger. Solange kein Angriff tut. Nicht angreifen. Alter, mitten in der Stadt jetzt hier. Ey, das ist doch krank. Ey, das ist krank. Mitten in New York. Sie sind hier, Brüder. Sie sind hier. Los. Ich schieße mit dir. Polizei. Keine Bewegung. Ach du Scheiße. Wir haben die Einsatzregeln gebrochen. Angreifen. Weißer Van. Links. Alter, ich war auch hier gewesen in London. Ich kenne die Straßen auch. Sie sind hier, Brüder. Sie sind hier. Los. Ich schieße mit dir. Polizei. Keine Bewegung. Die Hände hoch. Sofort. Auf den Boden. Sofort. Was? Ich sag's nicht noch mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Terroranschlag in London. Brock ist tot. Sie haben ihn erwischt. Saver 2. Was zur Hölle ist da drüben los? USBV Detonation am Piccadilly Circus. Beamte am Boden. Hey, wie der Scheiße. Das ist so ein komisches. Hier ist der Hauptsanitäter. Was ich schon vorher selber hier gewesen ist, Leute. Ich war ja selber schon mal hier. Bewegung. Alter. Ich war dann einfach auf Menschen. auf. Heile ey. Ich bin mal vor, so was passiert. In echt, Mann. Wie krank ist das bitte? Alter Schwede. Ey, das ist grad krank, Leute. Das ist krank. Das ist zu. Alter, guckt euch das mal an. Die bringen einfach Zivilisten um. Oh mein Gott. Ey, das ist, das ist ein anderes Feeling. Ah, sorry, sorry, sorry. Das ist ein Polizist. Ey, genau hier war ich, Alter. Genau hier. Was geht hier ab, Mann? Genau hier. Wie krank, Digga, Mann. Wenn man das selber kennt, ist das so krank, Leute. Alter, Alter, Schwede, Alter, Schwede. Da bleibt die verdammte Armee. Nein, ein Auto ist berührt. Nein, wie viele Leute anderen von denen. Verdächtige im Tentow-Geworfen, um Singen. Mögliche Geiselnahme. Im Umkreis bleiben. Wie krank. Ey, Leute, ich kann nicht viel reden, ne. Genießt das einfach. Genießt das einfach. Das ist krank. Genau so sieht New York aus. Äh, New York, sag ich schon. London. Genau so. Alter Schwede. Raven, Saber 2. Explosion vor dem Tentow-Gewolde. Beamte getötet. Au. Verbündete. Alles gut. Hast du ne Waffe? Captain Price. Da ist er. Captain Price. Sergeant Garrick. Sie kommen mit. Digga, das ist so ein Feeling, ne. Die Musik, Leute. Hört mal die Musik. Hört euch das einfach an. Es ist krank. Es ist krank. Die Ecken überprüfen. Wir brauchen hier Hilfe. Geisel, da oben. Helfen wir uns. Ach du Scheiß. Ich glaub, die haben Bomben um sich gedreht. Hilfe. 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 Limm das ab. Bitte. Limm mir das ab. Sergeant, ich brauch sie hier. Hilfe. Ich gehöre nicht zu denen. Ich will nichts haben. Bitte. Ich will nichts. Bitte. Es geht nicht auf. Können Sie ihm helfen? Ich versuch's. Ich will meine Wälder. Sie geht hoch. Ich schaffe es nicht. Keine Zeit. Ich schaffe es nicht. Hilfe. Alter. Alter. Mann, alle. Bombe geräumt. Wir kommen raus. Sanitäter. Bleiben Sie ruhig. Wir bringen Sie hier raus. Oh, der Arm. Der Arm. Verletzt? Bin okay. Boah, ist das krank, Leute. Ey, das ist wie ein Film, Digga. Das ist wie ein Film. Ich komme da echt nicht klar, ne? Ey, guckt euch die Grafik an. Was ist aus Call of Duty geworden? Ich bitte euch. Sie sind heute ein Health Sergeant. Das hätte gar nicht passieren dürfen, Sir. Der Einsatz war halbherzig. Damit alle so tun können, als gäbe es keinen Krieg. Ja, Lüge des Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen! Sir, ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo, Sie sagen uns wann. Wir sagen wie. Wir beobachten die Zelle seit Wochen. Hatten Sie zuverlässige Infos? Eine Menge, Sir. Okay, Garrick. Mitkommen. Al-Katala hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befalt von Fortschritschland. Alex ist bereits vor Ort und sucht die Chemikalien. Er braucht die Liberationsfront. Er soll die Kommandantin kontaktieren. Sie kennen Commander Karim? Sind uns vertraut. Nennen Sie meinen Namen. Oder er stirbt. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim? Nennen Sie mich Alex. Ich höre, Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus. Bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nur Al-Katala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Al-Katala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Al-Katala und der russischen Armee. Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie... Bevor sie was? Europa angreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Commander, wir müssen los. Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Und der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch hier. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? Mhm. General Barkos, Leute halten die Stadt. Wir werden das ändern. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du, kämpfst du auch. Ja, nahto. Merhaba, Leo Sixanalix. Merhaba. Oh, Türkisch oder auch? Merhaba. Ohne die Tunnel wären wir tot. Ohne die Tunnel wären wir tot. Und genau da machen wir bei der nächsten Folge weiter. Und Leute, was soll ich euch sagen? Es ist krank. Digga, die Kampagne ist ja mal mega krank. Ohne Scheiß. Ich feiere sie übertrieben. Können wir sagen, was ihr wollt? Das ist heftig bisher. Das war wie ein Film. Auch diese Szenen da drin und so. Ich liebe solche Filme. Wo so, also jetzt, ich mag die Situation nicht, aber ich liebe solche Kriegsfilme. Oder Black Hawk Down und so. Solche Filme, wo die New York angreifen, wo die London angreifen. London Falls Down und so. Solche Filme. Und genau an das hat mich das erinnert. Kranke Scheiße, Leute. Nehmt den Like-Button auseinander. Wenn ihr wollt, dass die Story weitergeht natürlich. Und ja, wir sehen uns morgen bei WWE. Übermorgen dann hoffentlich bei der nächsten Kampagne-Folge. Die hat reingescheppert. Macht's gut, Freunde. Haut rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Checkt mein Instagram aus. Haut rein. Und ciao.